so und herzlich willkommen zu einem infovideo und ja wie ihr schon wisst ist auf meinem kanal ja das warro projekt angelaufen erstmal das war jetzt mal die erste info die ich machen will und ich habe jetzt erst zwei folgen hochgeladen manche vielleicht fragen sich ja wo ist denn warum geht es nicht weiter und der grund ist der host kann die map leider nicht aufmachen deswegen wird das jetzt erst mal pausieren und mein team kamerad jetzt in urlaub gefahren für zwei wochen und dann kann ich eh nicht aufnehmen und ja also wird warro wahrscheinlich erst in der nächsten zeit noch mal losgehen und auch noch eine sache ist ich habe bald mein youtube kanal ein jahr also das ist ein jahr her wo ich das erste video hochgeladen haben und es wäre wirklich geil wenn ich noch bevor das video oder bevor mein kanal ein jahr alt ist dass ich da noch die 100 abonnenten knacke das wäre wirklich übelst geil weil dann habe ich mir auch so mein ziel habe ich gedacht jahrhundert abonnenten in einem jahr das wäre schon geil für mich also das ist vielleicht nicht so ein mega großer fortschritt aber für so einen kleinen youtuber sage ich jetzt einfach mal ist einfach so nice und ich würde mich auch wirklich riesig freuen wenn ich die grenze dann habe oder überschritten habe und dann werde ich auch ein special machen und das weitere das weitere ist dann noch was ich dann jetzt an stelle von warum machen so ich habe mir überlegt so ein minecraft display halt zu machen oder vielleicht badwurst oder keine ahnung ihr könnt ja mal die kommentare schreiben wenn ihr auf irgendwas lust habe sondern weiterhin pvp zu machen könnt ihr mir in die kommentare schreiben würde mich wirklich sehr freuen und wird mir auch wirklich sehr weiterhelfen und ja dann würde ich sagen war es auch schon dann sehen wir uns beim nächsten video ich hoffe ihr schreibt in die kommentare oder bewertet das video und dann sehen wir uns beim nächsten video